und damit sage ich hallo zu einer neuen episode im mobile mittwoch ich spiele heute den mother simulator und ja wie ihr hier schon seht das ist aus der ego sicht und dann schauen wir doch mal an wie ich jetzt hier dinge meistern werde und ja entschuldigt meine shaky cam ich nehme das ganze jetzt hier mit der mit der frontkamera vom handy auf so das baby das nehme ich jetzt in den arm und bringt es jetzt erstmal ins bett so so kind schlaf gut tag beginnen starten wir in den ersten tag und ja muss mir mal was anderes einfallen lassen wegen meiner kamera hier aber das sollte so in ordnung sein okay da ist das essen so und das muss eben halt genommen werden aber erstmal müssen wir hier den den nuki nehmen kommen er nimmt nimmt doch so der nuki ist dreckig ich glaube den muss ich erstmal abwaschen so shit muss er denn jetzt hier wieder aufnehmen aufnehmen so danke und jetzt erstmal da rein oder mal wo geht der wasserhahn denn da geht er hin so gut dann waschen wir erstmal den nuki so ja du sollst doch den gott sowie kriege ich das denn jetzt hin so waschen ah ok ich muss den in der hand halten und dann so und dann kann ich jetzt auch zum kind gehen und sagen hier nehmen den nuki nehmen und so so kind hat erstmal ruhe so laufen wir erstmal ein bisschen rum was was will es wie muss ich erst ins bett bringen ok so so kind schlaf so war und da war jetzt ein erfolg gehabt tag abgeschlossen dann war war ein kurzer tag immer so nein danke gibt mir einfach die diamanten und dafür haben wir jetzt irgendeine belohnung freigeschaltet ok so tag zwei einfordern jetzt können wir hier irgendwelche kristalle so dann beginnen wir doch mal den tag so ich befürchte was ich jetzt machen muss so so nein wir müssen es wickeln so windeln ja wo sind denn die windeln hat da unten so windeln nein nimm doch die windel wieder auf so okay erstmal die dreckige windel da rein voll hygienisch und so oh scheiße oh hoppala da liegt jetzt ein bisschen was rum so okay und jetzt erstmal das kind wickeln warum tue ich das warum mache ich das hätte ich mir doch mal ein anderes spiel genommen so so jetzt auch kind hör doch auf zu schreien mensch so tippe auf welchen welchen gegenstand ja aber da ist doch nix es blinkt so aber jetzt nehmen wir erstmal das kind so nein oh gott nein wieder das kind weg so windel so windel an kind oh gott oh gott mensch ist das bekloppt so so ja jetzt schreit kind so baby nehmen so baby nehmen so baby nehmen und äh so okay ich leg das jetzt einfach ins bett einfach weil ich es kann aber warum nicht warum darf ich das nicht tippe auf gegenstand was will dieses spiel von mir ich habe doch alles erledigt so 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 aber die windel ist doch frisch ja dann nehmen wir halt eine andere so schmeiße ich die weg ist auch okay so weil hier sind ja noch mehr windeln achso ah ich habe das bruder vergessen natürlich oh gescheitert ja gut dann machen wir das nochmal fix ist das bescheuert ist das bekloppt so dann machen wir den tag nochmal so baby genommen auf den wickeltisch gelegt so zack windel genommen in den in den mülleimer geworfen so jetzt das puder geholt so puder genommen so und puder jetzt auf baby packen so 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 jetzt das puder wieder weg wer kommt eigentlich auf die idee solche spiele zu entwickeln egal ich meine jetzt einfach das puder auf dem boden arsch lecken so so und jetzt windel mit baby so zack fertig so achso ja achso ich habe den tag noch nicht begonnen jetzt darf ich die scheiße nochmal machen im wahrsten sinne des wortes so zack kind auf auf wickeltisch gelegt so windel genommen nein ich will doch nur die windel so windel nehmen zack in den mülleimer und dann wieder das puder genommen so puder puder nimm das puder nimm doch einfach das puder jetzt so zack so das puder so das puder nehmen hier und packen wir auf das baby so und dann schmeiße ich das puder einfach weg weil es mir auf den sack geht so jetzt nehmen wir eine von den frischen windeln die da auslegen so und jetzt packen wir die windel auf das baby nein auf das baby habe ich gesagt so so das ging fix so jetzt baby genommen so und jetzt kann man kann man es doch eigentlich wieder schlafen legen oder wie was will was will es ach Kind will gefüttert werden so dann packen wir Kind einfach mal hier ne achso ich muss es auf den wickeltisch legen so so zack so Kind wieder dahin gelegt so jetzt schnell hier die warme Milch geholt oder was auch immer das ist achso na natürlich es will den Nuki haben na dann nehmen wir den Nuki so der Nuki muss gewaschen werden so Nuki waschen wir mit da so jetzt zack rüber gerannt zum Kind so damit es seinen Nuki hat so zack nein ah wo ist denn jetzt der Nuki hin wo ist denn jetzt der scheiß ach da so so jetzt laufe ich die ganze Zeit gegen den Tisch so 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 den Nuki genommen zack zum Kind gerannt so so jetzt hat das Kind den Nuki das hat den Nuki weggeworfen so so Baby schlafen legen so so wir haben jetzt nur noch 2 Minuten Zeit das Kind einfach schlafen zu legen so danke tschüss so Tag 2 abgeschlossen Leute ich sag's euch ganz ehrlich das ist ne bekloppte Idee ich hatte jetzt hier auch schon 4-5 mal Werbung oder so ich muss das alles rausschneiden so joa aber ja gut kann man mögen muss man nicht so gefällt dir das Spiel später nachfragen so jetzt müsste ich wahrscheinlich jetzt noch mehr Sachen machen wahrscheinlich müsste ich das das Kind dann irgendwie nachdem es gepudert wurde müsste ich es wahrscheinlich noch stillen oder keine Ahnung so machen wir das jetzt mal schnell so passt auf so Kind genommen so und das alles ganz 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 schnell so Kind genommen so nimm doch das scheiß Kind so was will es achso es will die Milch natürlich wo haben wir denn die Milch so Flasche nehmen so Flasche muss ich jetzt abwaschen so gar kein Bock so so jetzt die Milch äh hinzufügen so da haben wir Gott sei Dank schon was vorbereitet so backen wir da die Milch rein so und jetzt schnell zum Kind damit das Kind seine Ruhe hat so zack ja so so okay so Baby ist gefüttert jetzt hat es geschissen so jetzt legen wir es wieder dahin so jetzt nehmen wir wieder die Windel so und die Windel kommt in den Eim nein ah nicht da liegen lassen so so zack ich schmeiß mal erstmal dahinter ist ja auch jetzt egal so so zack Baby wieder pudern zack 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 so so was will es so jetzt okay so jetzt erstmal wieder weg geworfen so jetzt eine frische Windel genommen so die Windel jetzt angepackt so jo jetzt Kind in Schlafbettchen bringen so ganz ganz schnell so wupp 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 so gute Nacht so und das war Tag 3 way also ihr merkt schon es kommt immer wieder ein bisschen was hinzu ähm ja es wiederholt sich aber jetzt wahrscheinlich also irgendwie der Gag ist jetzt da schon ein bisschen raus weil ja es kommt halt immer eine Sache dazu ähm wahrscheinlich müsste man das jetzt hier voll lange spielen habe ich aber gar keinen bock drauf deswegen sage ich danke für die Aufmerksamkeit das war der Mother Simulator alles als der diese dann von die alles von den